Was brauchst du, um mit einer Affiliate-Marketing-Seite wirklich Geld verdienen zu können? Das heißt, die Affiliate-Marketing-Seite erstellen und damit auch wirklich Geld verdienen. Es wird ja immer so dahergelabert, wow, setz mal schnell eine Affiliate-Marketing-Seite auf, dann kannst du sofort Geld verdienen oder sowas. Auf Knopfdruck ist natürlich völliger Schwachsinn. Und ich habe mal sieben Sachen zusammengetragen, die dir helfen, wirklich mit so einer Affiliate-Marketing-Seite, die du erstellst, auch wirklich Geld zu verdienen. Und sieben Sachen habe ich dabei herausgefunden. Es gibt bestimmt noch wesentlich mehr Dinge, die man hier aufzählen könnte. Aber ich bin der Meinung, diese sieben Dinge sind auf jeden Fall ein Fundament, um so eine erfolgreiche Affiliate-Marketing-Seite aufzusetzen. Ich bin hier übrigens in der Nähe von Krumau an der Moldau, nur als Background. Es gibt anschließend noch ein paar Einblicke in die Umgebung hier. Also wirklich wunderschöne Geschichte hier in Südböhmen. Fangen wir an. Als erstes brauchst du natürlich ein Content-Management-System. Hosting, einen coolen Domain-Namen, der deine Geschäftsidee auch widerspiegelt. Und du musst natürlich auch Affiliate-Produkte vermarkten, die echten Mehrwert liefern. Das heißt vorab auf jeden Fall eine Nischenanalyse machen, um so ein Business ins Rollen zu bringen. Zweitens musst du abwägen, vermarktest du eher digitale Infoprodukte oder physische Produkte oder eventuell so ein Misch aus beiden. Das heißt, du musst dich bei den entsprechenden Affiliate-Werbeplattformen als Partner registrieren. Zum Beispiel bei Amazon, bei Digistore24 für digitale Infoprodukte, bei Amazon für physische Produkte. Gibt es noch ganz viele weitere Werbeplattformen, musst dich mal informieren. Da gibt es noch Bellboon, Sanox, Affili-Welt. Da gibt es eine ganze Menge, Affili.net glaube ich. Also es gibt eine ganze Menge da noch. Drittens brauchst du auf jeden Fall Top-Content für deine Affiliate-Marketing-Nischen-Seite. Das heißt, du brauchst super Blog-Beiträge, also wirklich 5-Sterne-Beiträge, damit du in Google ganz weit nach oben kommst. Und du solltest vielleicht auch Produktbewertungen, authentische Produktbewertungen wirklich auch bringen in Form von YouTube-Video-Rezensionen, Podcasts oder einfach eine coole Methode, um diese Produkte ehrlich zu rezensieren. Viertens brauchst du natürlich Zusatzprogramme für die Affiliate-Marketing-Seite zur Profitmaximierung, ganz klar. Das heißt, clevere WordPress-Plugins, zum Beispiel auch für Schnittstellen zu Amazon, Digistore24. Diese Schnittstellen, die dir auch automatisch die aktualisierten Produkte und Preise reinziehen, natürlich wenn du Amazon Affiliate-Nischen-Seiten-Marketing betreibst. Und für Digistore24 dann halt auch verschiedene Conversion-Plugins, um deine Seite wirklich so Vergleiche auch, zum Beispiel die bestbewertesten Produkte, zum Beispiel WooCommerce ist auch so eine coole Geschichte, wenn man so eine Art Online-Shop auch mit integriert in seine Affiliate-Marketing-Webseite. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Fünftens brauchst du einen Sales-Funnel, einen Verkaufs-Funnel, einen Verkaufstrichter, der dir wirklich die bloßen Interessenten in wirklich zahlungswillige Kunden rausgeneriert. Das heißt, dafür brauchst du E-Mail-Marketing, wie zum Beispiel über Klicktipp. Du brauchst Landing-Pages, um E-Mail-Listenaufbau mitzubetreiben und vielleicht auch interne Mitgliederbereiche, um nochmal diesen wirklich interessierten Menschen nochmal coole Zusatzinfos zu bieten. Das heißt, um die wirklichen in den Bann zu ziehen, wow, das und das liefere ich dir noch als mehrwerten interner Mitgliederbereich für diese generierten Leads. Also eine sehr effektive Methode. Vielleicht auch sogar Webinare über diese Fremdprodukte halten. Es gibt viele Möglichkeiten. Sechstens brauchst du natürlich deine Affiliate-Marketing-Seite. Lebt natürlich von dem Webseiten-Traffic, den du darauf leitest. Das heißt, du musst Suchmaschinenoptimierung betreiben, wie ich schon gesagt habe, durch diesen Top-Content, durch Blog-Beiträge, Google AdWords zum Beispiel und natürlich Pay-Per-Click-Anzeigen über Facebook, wenn du wirklich ganz genau die Zielgruppe herausfiltern möchtest, die sich für dieses digitale Infoprodukt, physische Infoprodukt wirklich interessiert. Und siebtens, ganz wichtig, Kontinuität durch Conversion-Optimierung. Das heißt, wenn du mal denkst, du musst jetzt mal zwei, drei Wochen richtig ranklotzen und danach mal drei Monate nichts, so läuft das Business nicht. Du musst immer kontinuierlich deine Website optimieren, betreuen, ausbauen und immer attraktiver machen und entsprechend auch mal das WordPress-Theme anpassen und so. Also du siehst, Kontinuität ist das A und O, sonst ist das alles nur mit Knopfdruck über eine Affiliate-Marketing-Seite. Geld verdienen geht nicht. Es sei denn, du wirst in Google so geil gelistet, dass da wirklich unfassbar gute Resultate rauskommen. Aber wie gesagt, Kontinuität. Das waren so die sieben Faktoren, um eine wirklich coole Affiliate-Marketing-Seite erstellen zu können und da wirklich auch Einnahmen drüber zu generieren, die dann auch wirklich auch in einen vierstelligen Bereich vielleicht auch reingehen. Sollte man jedenfalls als Ziel haben. Ja, das waren so die sieben Sachen, die man benötigt, um eine Affiliate-Marketing-Webseite zu erstellen und zu monetarisieren. Jetzt bin ich auf euer Feedback gespannt. Postet es einfach mal hier unter dem Video. Ich bin gespannt, weil ein sehr interessantes Thema dieses Nischen-Seite- und Affiliate-Marketing-Webseiten erstellen. Ansonsten viele Grüße hier aus Südböhmen. Alles Gute, euer Christian Weckler. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.